Hallo Torsten, hallo Daniel. Warum sind wir heute hier? Weil wir heute unsere Reise ziehen. Einen der Hauptgewinne für die Atlantis Boot. Und welchen Gewinn ziehen wir heute? Heute ziehen wir den Gewinn von der Bali Villa. Und zwar sieben Nächte im halben Doppelzimmer inklusiven Transfers und Vollkanzungen. Sehr schlecht. Ja, die Bali Villa liegt im Nordosten von Bali. Ist ein wunderschönes, kleines Ressort mit einem tollen Hausriff und wunderschönen Top. Klasse. Was meinst du, wollen wir den Gewinner nicht legen auf die Förderspannung? Ja. Ich würde sagen, wir ziehen mal. Dann setzt du diese wunderschönen Ressort, dann mache ich. Ich nehme diesen wunderschönen festen Diggler. So. So. Und dann gleich doch einfach mal rein. Okay. Dabei. Sehr schön. Mal wieder zu. Wer ist der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin? Das ist eine glückliche Gewinnerin. Das ist die Katrin Eckstein. Herzlichen Glückwunsch. Die hat sich mit der Kategorie von der Katrin Eckstein. Danke. Mit der Hände ich könnte mich vom Abrichtigen. Dann hat sich viel Spaß auf Bali. Und bis zum nächsten Mal, Torsten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.